Hildegard Hambrücher ist tot. Die langjährige FDP-Politikerin und ehemalige Staatsministerin im Auswärtigen Amt starb im Alter von 95 Jahren. Die gebürtige Essenerin hatte im Jahr 1994 für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert, konnte sich aber nicht durchsetzen. Nach anti-israelischen Kommentaren des damaligen Parteifizes Möllemann trat die promovierte Chemikerin im Jahr 2002 aus der FDP aus, 50 Jahre nach ihrem Eintritt. Die FDP erinnerte am Freitag an Hambrücher als Inbegriff geliebter Bürgergesellschaft.